shalom zusammen ich bin der joel und wir haben freude am wort und nicht nur an irgendeinem wort sondern an dem ersten wort des ersten satzes in der bibel ja falls du das erste video noch nicht angeschaut hast würde ich dir sehr empfehlen erst mit diesem anzufangen damit du die grundlage hast für das was wir uns jetzt anschauen nämlich ein bisschen mehr im detail was denn noch so alles drin steckt in dem wort bereshit wie im ersten video auch schon gesagt man liest von rechts nach links aber genau ich würde wirklich sehr ans herz legen das erste video anzuschauen damit du grundsätzlich einige details vom hebräischen bescheid weißt was da so alles drin hängt wieder zurück zu meinen notizen hier haben gelernt bar der sohn kann man auch im kopf übersetzen weil man auf buchstaben ebene geht also bait und reich dann haben wir ein sehr cooles ja das ist eigentlich schon die bedeutung vom zweiten wort wenn man die ersten drei buchstaben anschaut dann sehen wir nicht nur sohn und den vater also alle steht dafür den vater das ist ja im ursprünglichen war es ein ein ochsenkopf genau kann man sich vielleicht noch ganz grob irgendwie vorstellen wie das ein ochsenkopf sein soll und es steht für für kraft und stärke und das ist der vater also java in meinem verständnis die aussprache von dem vier buchstaben jutei waffe und dann haben wir den sohn und den vater ist schon zusammen mit dem allerersten wort in den ersten drei buchstaben und das zweite wort das heißt bade was erschaffen bedeutet im hebräischen und diese drei buchstaben sind auch hier schon drin das heißt wir haben und alle die hier dann noch mal drin vorkommen also java hat sich der sozusagen wiederholt mit einer anderen bedeutung also bereshit heißt im anfang und bara heißt erschaffen oder erschuf und sehr cool ist dann anzuschauen was es denn bedeutet diese drei buchstaben dass der sohn also bar innerhalb von dem wort erschaffen also bara kommt hier betere kommt bar der sohn vor und genau erschaffen wird durch den sohn gemacht er fällt vielleicht dem ein oder anderen die bibelstelle aus erste kolosser sorry kolosser hat nur ist nur ein brief also kolosser 1 vers 16 steht drin denn in ihm ist alles erschaffen worden was im himmel und auf erden ist das sichtbare das unsichtbare seien es throne oder herrschaften oder fürstentümer oder gewalten alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und wenn wir uns das ganze jetzt im hebräischen anschauen dann sehen wir dass alles durch ihn also bar den sohn yahusha erschaffen worden ist und für ihn sehen wir jetzt nicht so genau drin aber im prinzip hat er der sohn alles erschaffen er ist sozusagen der erschaffer der teil von dem wort erschaffen im hebräischen ist und er hat alles erschaffen als teil von elohim also von von gott er hat nämlich den himmel oder die himmel im hebräischen ihm ist mehrzahl das heißt es gibt mehrere himmel hat er erschaffen und dafür steht es war die erde oder das erde ja genau ist nicht ganz passend im deutschen und das sehen wir genau hier in ihm ist alles erschaffen worden was im himmel und auf erden ist das hat paulus sicherlich nicht irgendwo her oder sich selber irgendwie zusammengesprungen sondern er hat gesehen okay das wort bereshit beziehungsweise bara da steckt der sohn drin oder das wird dem höchstwahrscheinlich auch der heilige geist offenbart haben und dann gibt es noch die stelle in johannes 1 1 bis 2 wo dann drin steht im anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott dieses war im anfang bei gott und das können wir jetzt hier wiederum sehen dass das wort der sohn war im anfang nochmal zurück im anfang das heißt in dem wort anfangen um genau zu sein in dem wort bereshit war der sohn also bar beim vater beim aleph ist weiß nicht ob du es verstanden hast aber im anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott da steckt sehr sehr viel drin im anfang das heißt in dem wort bereshit im anfang wird es ja übersetzt war der sohn bar bei gott also aleph und er war gott er war elohim der dann bara der alles erschaffen hat also den himmel und die erde vielleicht ging es dir immer noch zu schnell dann schau es bitte nochmal an es ist krass was alles drin steckt und wir sind noch nicht mal am ende vom ersten wort angelangt genau wenn wir da jetzt weiter reinschauen gibt es verschiedene bedeutung von den einzelnen buchstaben wir haben jetzt hier schon gesehen in mit inmitten hier dann im und reich das er sozusagen im hebräischen steht für kopf wenn dich das mehr interessiert beziehungsweise wenn du wissen willst woher ich das habe ich tue den entsprechenden link dann sieht man dann hier in die beschreibung hinein hier gibt es eine tabelle es gibt verschiedene tabellen wo man herausfinden kann was die einzelnen buchstaben bedeuten genau und dem hebräischen wie vorhin schon gesagt bei dem reich haben wir das gesehen da gibt es recht weit hinten genau im hebräischen wird es dann so ausgeschrieben das heißt man hat den buchstabe recht ja hier steht jetzt recht oder recht kann man es auch aussprechen und ausgeschrieben ist dann der buchstabe so und dadurch gibt es sozusagen nochmal eine eine dimension weil man diese buchstaben dann nochmal anschauen könnte aber vorerst gehen wir nicht so tief rein genau also der sohn bar und dann haben wir den vater und die zusammen sind im anfang also insgesamt heißt das wort im anfang übrigens steht hier die 1 für einfach das erste wort ich habe mir notizen so gemacht dass ich über die ersten sieben worte mir notizen gemacht habe und dann haben wir den buchstabe schienen das ist so ungefähr dass im modernen deutsch obwohl es auch ein s sein kann fast immer wird es als ausgesprochen teilweise als es und dieses schienen bedeutet sowas wie zerstört das soll die zwei vorderen zähne schneidezähne symbolisieren und zerstören bedeutet das dann haben wir jutt das ist der kleinste buchstabe im hebräischen und der bedeutet hand also jutt denke das müsste hier auch vorkommen ist der zehnte buchstabe den haben wir hier jutt genau und hier steht dann das ist die jutt also die hand ist und der buchstabe heißt aber jutt oder jutt ich spreche es meistens jutt aus genau zurück zu dem her und dann haben wir die hand und dann das kreuz also taf ist das kreuz das können wir uns auch noch in nein hier hinten anschauen genau taf ausgeschrieben sind es dann wiederum zwei buchstaben taf und warf sieht in der anderen schreibweise dann so aus dass taf ist hier und warf ist hier genau beim zweiten spricht man das aus und taf ist recht interessant oder das kommt an drei stellen vor ich habe mal die zwei hesequiel stellen rausgenommen die stehen sehr nah beieinander hier an dieser stelle geht es um ja das zorngericht übrigens bin ich der überzeugung dass hesequiel viel mehr für die endzeit für die aktuelle zeit ist als man denkt also da gibt es sehr sehr viele prophetien die wahrscheinlich erst in dieser zeit wahr werden ab vers 4 bis 6 ich lese mal vor und java sprach zu ihm gehe mitten durch die stadt mitten durch jerusalem und mache ein zeichen steht genau hier taf also so haben die es jetzt auf deutsch versucht mit lateinischen buchstaben zu schreiben auf die stirn der leute die seufzen und jammern über all die kreuel die in ihrer mitte verübt werden zu den anderen aber sprach er vor mein ohren geht hinunter geht hinter ihm her durch die stadt ja vielleicht auch hinunter und er wirkt eure augen euer auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen tötet vernichtet kreise junge männer und jungfrauen kinder und frauen von denen aber die das zeichen hier steht dann auch taf drin tragen rührt niemand an und bei meinem heiligtum sollt ihr anfangen da fing sie bei den ältesten an die vor dem tempel waren das heißt hier an dieser stelle ezekiel 9 genau ezekiel 9 vers 4 bis 6 sehen wir dass dieser buchstabe beziehungsweise da wird dann ausgeschrieben taf drin stehen aber die bedeutung ist dass dieses zeichen ist wird an die ja auf die stirn der leute geschrieben interessant ist dass dieses taf das ist so meine handschrift taf dass das im ursprünglichen sah das aus wie ein x also wie der buchstabe x im lateinischen und dass sie da ja wie so eine markierung ist macht man auf einer karte oder teilweise ja ein stern macht man ja vielleicht nur mit einem x früher war sogar so dass die leute die nicht schreiben konnten haben ein x als unterschrift benutzt also die bergarbeiter davon habe ich gehört dass die vor hundert bis mehreren hundert jahren haben die einfach ein x also ein zeichen gemacht und das entspricht diesem hebräischen zeichen diesen tag was auf der stirn gemacht wurde zumindest so nicht sagen dass java dieses zeichen dieses taf damit meint und ja genau dann gehen wir wieder zurück und wenn wir das jetzt zusammen lesen und rechts nach links dann bekommen wir raus sohn vater zerstört handkreuz wenn man da jetzt noch ein bisschen deutsche grammatik hinein bringt dann kommen wir auf diesen satz hier unten der sohn des vaters wurde erschaffen ja das ist jetzt genau wenn man erschaffen sozusagen noch mal mit rein nimmt erschaffen um seine hand am kreuz zu zerstören und wenn wir das erschaffen und wenn wir das erschaffen noch weglassen und nur sozusagen diese 1 2 3 4 5 benutzen dann sehen wir sohn des vaters oder sohn durch den vater wurde zerstört die hand am kreuz oder man könnte sagen erschaffen um zerstören hand am kreuz weil das x bedeutet ja auch ein kreuz ist ja auch recht naheliegend wenn man das x leicht dreht sozusagen ähm dass da ein kreuz draus wird das ist schon mal sehr spannend und wir sind beim ersten wort in der bibel im hebräischen bereshit aber wenn wir sozusagen bar aleph schien jud und taf einzeln nehmen beziehungsweise bar als zwei buchstaben ähm dann bekommen wir raus der sohn des vaters oder der sohn wurde durch den vater zerstört ähm oder seine hand wurde zerstört am kreuz interessant ja genau dann habe ich noch hier rausgefunden das sheet oder shade bin ich mir nicht ganz sicher ähm heißt im englischen dann put oder place also der der sohn des vaters wurde hingebracht oder platziert sozusagen könnte man da auch rauslesen ja jetzt sind wir hier bei einer der vielen ähm interpretation ähm von dem ersten wort im anfang und äh da die zeit schon wieder fortgeschritten ist ähm mache ich hier mal wieder einen cut und äh wir machen dann das nächste mal mit diesem teil weiter so 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 so